Es war ein super tolles Wochenende mit sehr viel Information, tolle Menschen hier kennengelernt, tolles Geschäftsmodell, was uns Fairway hier anbietet mit Kryptomining, ATM-Maschinen, Blockchain, Krypto ist die Zukunft. Jetzt starten wir durch. Der Wahnsinn! Wir klären ihn! Wir klären ihn, aber nicht um Haus. Verkaufen! Da ist er! Das Wochenende war phänomenal unglaublich. Ich konnte einiges an Input mitnehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich war davor noch nicht so im Thema, aber das Wochenende hat mich wirklich komplett weggehauen. Ganz viele Fragezeichen, die vorher bestanden sind, gelöst. Dieses Wochenende hat alles übertroffen. Tolle Motivation, was man hier an dem Wochenende mitnehmen konnte. Begeisterung, was ich meinem Team zu Hause weitergeben kann. Toll! Ich war der Meinung, wo ich hergekommen bin, dass ich über Kryptomining eigentlich schon Bescheid wisse. In den letzten paar Monaten, wo wir uns jetzt damit beschäftigen, ist eigentlich schon einiges passiert. Aber ich habe jetzt hier in den letzten zwei Tagen gemerkt, dass es noch lange nicht alles ist. Und vor allem nicht nur Kryptomining, sondern auch ATM, was jetzt da uns, sag ich mal, diese Abelwirkung, alles was auf uns jetzt zukommt und wie wir damit wirklich Geld verdienen können, das ist einmalig. Und deswegen sind solche Seminare oder Akademien auch enorm wichtig. oder Akademien auch ganz viele Menschen, die sich gerade telden, wie sie nicht um die Fragezeichen, wo ich Sie versuchen, dass Sie schявt, was wir daraufhin nicht um die Fragezeichen, wo wir am Ende des dem Tremblamentos. Und dann habe ich mich überprüfen, weil wir jetzt hier in den Tremblamentos schauen, dass wir heute in den Tremblamentos, dass wir jetzt ein bisschen veröffentlichen sind, dass wir heute ein paar responsibilities стоjungen sind. Und zwar, dass wir jetzt hier noch ein paar Dinge sein, in den Tremblamentos zu